auch geil ja voll reingebaut super bug geben und nehmen ja ich mache ich mir gedanken über ihre beichte präsident es könnte wohl einige zeit dauern all ihre sünden aufzuzählen könnten auch auf nummer sicher gehen und ein paar tagen gute taten wollen wo sie schon dabei sind selbst wenn wir es nicht schaffen ihnen ein direkt in den himmel zu ermöglichen können wir vielleicht zwischen den fehlgefeier verkürzen ich habe die klinik ist ja die versorgen jetzt auch denke ich oder schaut es mir aus das soll auch ist hier unten überhaupt eine ich kann keine sehen das geht natürlich so nicht warum da meine reine das ist ja die ledig warum ich schon irgendwas neues nehmen was zum schmuggeln ist wirklich kakao milch brauchen wir auch nicht brauchen wir nichts passt erst mal hier ist die schule voll am museln schaust denn hier aus eigentlich geht auch nichts vorwärts jetzt kommen wir eigentlich nur noch geld wenn ich das richtig sehe arbeitslose bürger haben schleunigen ich habe sie hier aus schützen die zweite schicht sicherheit wohnung passt auch denke ich oder auch nicht stehen eigentlich noch ein paar leer wo haben wir denn noch hütten rumstehen eigentlich nirgendwo so sieht zumindest keiner da oben aber das war es eigentlich schon da hm wir brauchen für die entniedlungsaktion ein abnimmungsmanagement es muss groß sein etwas dem franzosen aber nicht widerstehen können wenn die franzosen denn die franzosen sind für den widerstand berüchtigt unsere information zur folge muss entweder eine riesige sinn der käse oder eine große zahl an gleichermaßen zingenden zingenden zigarn sein nicht jeweils verdammt käse oder zigarn ist beides doof Eine brauche Tabak, die können wir uns auch klauen. Milch, die können wir, glaube ich, schon, oder? Machen wir mal Käse. Eine gute Tat, Präsidentin? Zweifellos ohne jegliche Gedanken an eine Belohnung. Klar. Klinik und den Ruf. Ähm, Bananenfälle Eisen. Milch, wo kriegt man Milch her? Gibt es denn so Milch, sehe ich gerade? Gammt. Tabak ist auch doof. Hm. Ich glaube, da muss ich mal eine Käse-Fabrik machen. Molkerei. Ich meine, ist das ein fettes Detail? Nein. Eine Farm. So was mit nur Milch. Ziegen. Das ist ja auch nicht gerade optimal, aber besser als nicht. Ach komm. Ich glaube, das kann ich mir leisten. Ich muss mal hinbauen, da hinten ist noch Platz. Ein bisschen Ziegen anbauen. Quasi. Waren mal jetzt mehrere, ist ja auch wurscht. Also, machen wir mal anderes. Da müssen wir noch einen Weg dran bauen. Also, machen wir das nämlich anders. Also, machen wir das nämlich anders. Warum die Ziegen-Molkerei-Dingens da hinten alles hin? M-Molkerei, kommen da in die Hände. Hier so am besten. Aber Parkdecks kann man auch noch bauen. Wenn wir schon mal dabei sind. zu die Mobilität. Was mir da jetzt alles tut. Äh. Kein Platz. Dann. Hier müssen wir eigentlich auch noch einzeln bauen. Aber da haben wir leider keinen Platz. Das ist doof. Okay. Und go. Haltet ihr denn eine Handelsroute? Gerne Export oder was war das? Jo. Nickel. Da haben wir noch. Das war's. Mehr habe ich eh nicht. So, was ist das denn? Das ist eher nicht so. Je größer, desto besser, nicht wahr? Ich spreche von... Ne, Luxusvilla willst du? Jo. Können wir mal haben. Das ist schon nicht freigeschalten. Das ist ein bisschen doof. Aber okay. Oh Gott. Ne, das haut Platz weg. Äh. Äh. Keine Hände. Das Bühle-Kraftwerk habe ich auch noch nicht gebaut. Da brauchen wir mal einen Mitarbeiter bitte. Danke. Das hier aus. Ich bin auch besucht, okay. Und hier. Brauchen wir Käse. Ach ja. Hätte auch einfach importieren können, wenn wir halt auf... ...wahrscheinlich einfacher gewesen. Käse, 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 Käse. Käse, Käse, Käse. Gibt es kein Käse? Tatsächlich kein Käse. Können wir mal Milch importieren. So, jetzt habe ich viel zu viel Geld dafür ausgegeben. So, mal beschleunigen das Ganze. Wir verliehen. Ziegenfarm. Irgendwas Interessantes dabei. Alles kalte Kriege. Okay. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen, Präsident. Ich persönlich... Freie Wahlen. Wir machen natürlich freie Wahlen. Das sollte kein Problem sein. Und das hier, das Parkdeck. Sieht aber interessant aus. Sieht schon cool aus. Also, kann man nichts sagen. Das war gut mit Ihnen geschäftet. Okay. Ich bedanke auch. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch. Ja, allerdings. Oh, wir können was Neues machen. Atheistisch. Erhöhe die Forschungswerte. Nein. Nein. Das war nicht. Das ist ein kleines Gesetze. Hey. Entweder mehr da hin. Oder mehr da hin. Jetzt mehr Forschung. Mal hier, Religionsfreiheit. Dann lassen wir noch Miliz. Hmm, Änderung stetig. Gut. So, was hast du denn schönes? Nichts, nichts dabei. Oh, wieder was erfüllt? Sehr schön. Gibt es hier was Interessantes noch? Zucker könnten wir mal importieren. Präsident, ich weiß, dass ihr immer eure Versprechen haltet, aber die Bürger nehmen es mit der Definition von erfüllten Versprechen heutzutage sehr genau. Ja, okay. Den Spaß müssen wir steigern, dann machen wir das doch mal schnell. Das ist mein Restaurant. Restaurant kommt immer gut. Und ich habe noch keinen Platz, na geil. Da muss ich dran haben. Da muss ich den Zirkus. Was für ein Zirkus hier. Hier, warte mal. Da, so. Spaßabdeckung. Spaßqualität. Ist doch eher mau. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Präsidente. Aber ich bin heute mit dem Verlangen aufgewacht, Geld zu verdienen. Ich habe ein Band bauen. Hm, ne. Heute nicht. Ne, die Zeitung. Hm, wir können das mal anreißen. Was ist denn jetzt schon wieder? Wieso zeigst du mir das an? Das ist auch verpackt irgendwie hier, habe ich das Gefühl. Irgendwie funktioniert das nicht richtig. So, versuchen wir es nochmal. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn das so rumbringt. Das habe ich nicht so gern. So, kommen wir noch ein paar Fälle ein. Genau, weißt das mal ab. Wir bauen mal was anderes hin. Ein schönes Restaurant. Dann gucken wir mal. Wie wir auch den Spaß steigern können. Hier können wir zum Beispiel noch einen Zirkus bauen. Dann bauen wir hier oben noch was so. Na, eine Terwelle vielleicht. Haben wir da schon eine? Ne, ne? Noch ein paar Baracken vielleicht. So. So, wo jemand drin eigentlich? Nö, natürlich nicht. War ja klar. Passt. Was? Alliierten habe ich ihn mit einem Buggel belegt? Aber hauptsache, ich kann dann die liefern, oder was? Ah. Null. Okay. Die möchte nicht. Na gut. Dann liefern wir halt an die andere. Hier mögen wir uns aber nicht besonders. Uh, das ist schlecht. Dann müssen wir da mal was dagegen tun. Wollen wir noch eine Botschaft für die anderen? Okay. Was ist hier? Wer liebt Experten nicht? Blanken exportieren. Ja, guck mal. Ja, genau. Geht er jetzt schlecht? Und sind wir mit einem Embargo vollpumpen. Ich weiß gar nicht, wie ich das abbrechen kann. Ich weiß es nämlich nicht. Hm. Ich schüsse mal ab. So. 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 Nochmal. Wir brauchen. Wir brauchen. Erstmal. Viele. Leute. Am besten gebildete. Und noch viele vielleicht. Ansonsten. Noch Schatzjahr. 100. Ja. Schatzjahr ist gut. Kann ich nämlich das dann abreißen. Ah ne. Das da abreißen. Eine Rumpa halten wir aber. Leder brauchen wir nicht unbedingt. So. Schatzjahr aus. Nichts regionaler Konsum. Das geht alles raus. Rechts drehen die Milchsäure. Oder links drehen die. Nehmen wir die links drehen dann natürlich. Aha. Ganz geil. Wie schauen das hier aus? Dann werden die auch genutzt. Weil die nicht. Wie viele Delegationen sind? Ne. Lieber nicht. Hat das jemand bauen? Dann. Schauts hier aus. Ich würde das mal steigern. Und wie soll das aus? Ich würde das mal steigern. Ich würde das mal sehen. Lassen wir mal so. Gucken ob sie da hinkommen. Und hier so. Wer möchte den Linn-Zirkus? Anscheinend keiner. Und hier so? Ach das ist gut voll. Mal okay, nimm zu. auch nicht schlecht er fehlt es an leuten freie arbeitsplätze ist echt kacke ich brauche Käse ein deutsch Kann man da was verbessern? Ja, das Maschinengewehr, okay. Und hier, moderne Waffen. Das heißt, dass wir uns auf die Barrikaden hören. Es besteht keine Drucken bereit. Wir wollen bleiben zur Abwehr von Angreifern in Gebäuden. In Gebäude, okay. Also, na... Wo sie auf Miliz ist... Wo sie fest und fest gelockt ist. Hm. Wird's noch ne Kirche? Wird's noch ne Kirche? Wird's noch ne Kirche? Ist doch nervig. Ist halt jeden mal eine hin. Ist mir auch recht. Das ist mir. Das Restaurant. Irgendeine Verordnung machen. Hm. Das ist mir. Das Restaurant. Irgendeine Verordnung machen. Ist mir auch recht. Kriegsrecht. Hm. Autos für alle, vorgezogenen Wahlen, nee, Bildung fördern, das ist gut, das können wir auch mal machen. So, wie schaut es denn eigentlich so mit den gebildeten aus, hmmm, Eisgrube, wie schaut es denn da aus, na, kann ich jetzt hier mal sehen, Bevölkerung, Bilder. So, Eisgrube, 64, ingebildet, nur eine Bildung sein müssen, ja, sie wissen, nee, nicht. Da wohnt keiner, zu teuer. So, der Ding wieder nett zu mir, nee, ne. So, da fehlt uns die Dienst, ne, die andere Botschaft. Und hier verkaufen wir den Nickel und das Eisen, ach nee, nicht so. So, wie schaut es denn aus, ne? Und meine Ausbildung. Ende des Zeugs, schnell. Na endlich, kommts. Lecker Käse. Ach, ist ja fast fertig, sehe ich gerade. Ist ja schön. Was, hatte ich nicht, dass meine Jungs und Gegend nach Inselbasis zu? Nein, natürlich drohe ich nicht, bei ihnen einzufallen, außerdem wäre es dann genauso ehrlich, das geht uns so, diese Flotte in ihre Gewässer zu schicken und ihren Handel abzuschneiden. Optionen und zählen. Äh, okay. Das ist nicht schön. Da muss ich mal ganz schnell in der Handelsrunde machen. Kann man da irgendwas schnell machen? Bei zweimal Zucker. Na ja, geht's mal. Ist ja schön doof. Hm, an die Erde Eisen. Ach du Scheiße. Eisen oder Nickel? Eisen machen wir schön Nickel aber auch. Mach ich Nickel. muss ich ja leider hoffen wir mal dass es schnell genug da hingebracht wird die stellungnahme des palats wie handeln nicht fair also tun wir das auch nicht wir mal so fit machen vorübergehend wir brauchen da nämlich ganz viel zeug oh ich hab da noch eine machen wir noch schnell eisen polo und eisen genau ich hoffe nur das läuft so 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 Untertitelung des ZDF, 2020